Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Future Trends 68. Galaktische Dance- und Trans-Music erfüllt unseren Orbit. Sie ist der Schwerpunkt, wenn es um die größten Dance- und Trans-Ansems der Saison geht. Future Trends 68. Einmal in ihre Umlaufbahn geraten, hält die erfolgreichste Dance- und Trans-Compilation alle angesagten Stars der Club-Szene in ihrem Bari-Zentrum gefangen. Hits wie 10 Feet Tall im David Guetta Remix, Bounce oder auch Armin van Buren's neue Hit-Single bewegen sich hier nicht nur exklusiv um den Ruhepunkt jedes CD-Spielers, sondern sind Teil eines größeren Systems. Brooklyn Bounce und Jono, die CD3 der Folge 68 zusammengestellt haben und galaktische Hands-Up-Smasher in The Mix präsentieren, bringen es auf den Punkt. Another Dimension erlautet die Devise. Diese untermauern die neuen Hits von John Martin, Mitglied der schwedisch Hausmafia, The Shanesmokers, Zed, Avicii, Cascada und viele mehr. Willkommen im Orbit der Future Trends 68.